Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Gästens. Amen. Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Milliarden und Millionen Mal opfern mir das kostbare Blut und die Blut drehen in dem himmlischen Vater auf für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt. Unterdecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihren Bluttränen, dass der böse Fällen keine Gewalt über die Sterbenden hat. Amen. Heiliger Josef, der Vater Jesu Christi und wahre Bräutigam der Allheiligsten Jungen, Frau Maria, bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages, dieser Nacht. Liebesachter, Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig. Wir lieben euch. Rettet alle Seelen, besonders die Priesters, die nun die Gott geweihten. Mit der Großen bitte, diesen Liebesacht, mit jedem Atemzug, mit jedem Pulschlag, tausendmal wiederholen. Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht. Hier vor uns eine Herberge, für die Liebeslame in den Herzen der Menschen zu finden. Amen. Herzenstausch mit Jesus und der heiligen Jungfrau Maria. Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wankelmütiges Herz aus, gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz, damit du in mir wohnen und der Heilige Geist in mir wirken kann. Erfülle meine Bitte, du guter und getreuer Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst. Amen. Oldenes Ave Maria, wie der heilige Gertrud offenbart. Sei gegrüßt, du weiße Lilie, der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit. Du leuchtende Rose, himmlische Anmut, von welcher der König der Himmel geboren und genäht werden wollte, näher unsere Zähler mit wörtlichen Einströmungen. Amen. Das mächtigste Heilungsgebet vom heiligen Pater Pio. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt gesandt hast, um mich zu retten und zu befreien. Ich vertraue auf deine Kraft und Gnade, die mich stützt und wiederherstellt. Lieber Vater, berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen, denn ich glaube, dass es dein Wille ist, dass es mir gut geht. Meinen Verstandkörper, meiner Seele und meinem Geist. Bedecke mich mit dem allerkostbarsten Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, von der obersten Stelle meines Kopfes bis zu meinen Füßen. Entferne alles, was in mir nicht sein sollte. Entwurzle alle ungesunden und abnormalen Zellen. Öffne verstopfte Arterien oder Venen und stelle beschädigte Bereiche wieder her und fülle sie wieder auf. Entferne alle Entzündungen und beseitige jede Infektion durch die Kraft des kostbaren Blutes, Jesus. Lass das heilende Feuer, deine heilende Liebe durch meinen ganzen Körper gehen, um zu heilen und alle kranken Bereiche zu erneuern, damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast zu funktionieren. Erübe auch meinen Verstand und meine Emotionen selbst die tiefsten Nischen des Herzens. Du strengst mein ganzes Sein mit deiner Gegenwart, Liebe, Freude und deinem Frieden. Ziehe mich immer näher zu dir, jeden Moment meines Lebens. Vater, fülle mich mit deinem Heiligen Geist und befähige mich, deine Werke zu tun, damit mein Leben deinem heiligen Namen Herrlichkeit und Ehre bringt. Ich bitte dies im Namen des Herrn Jesus Christus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gut, die dreifältige, barmherzige Liebe komme allen Menschen zu gut. Gegrüßet bist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebernateid unter den Frauen und gebernateid ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Wir bitten dich, o Höchstes Gut, die dreifältige, brennende Liebe, komme allen Menschen zu gut. Gegrüßet bist du, die dreifältige, blutende Liebe, der blutende Liebe, komme allen Menschen zu gut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebernateid unter den Frauen und gebernateid ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, beflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenbürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Ehre sei der dreifältigen Liebe von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Abendgruß zum heiligsten Herzen Jesu. Den letzten Gruß der Abendstunde sende ich zu dir, o göttliche Herz. In deine heilige Liebeswunde senke ich des Tages Freude und Schmerz. O Herz der Liebe, dir Vertraute, am Morgen ich des Tages lasse. Und nicht umsonst dich auf dich baute, voll holt du mich gesegnet hast. O hab Dank für deine Güte, die schützend mir zur Seite stand. Auch diese Nacht mich treu behüte, durch deine Segen enges Hand. O göttliche Herz, all meine Sünden bereue ich aus lieb zu dir. O lasse mich Verzeihung finden, schenk deine Liebe aufs Neue, mir. Herz sieh, so innig ich empfehle auch alle meine lieben dir. Verschütze sie an Leib und Seele, wie Gutes je erwiesen mir. In deiner heiligen Herzenswunde schlafe ich nun sanft und ruhig ein. O lasse in der letzten Stunde mir eine Himmels Worte seien. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Und allen deinen Segen gib. Amen. Amen.